Was ist eigentlich dieses ominöse UV-Gel? Das ist UV-Gel. Ich erkläre euch jetzt einfach mal die grundlegenden Dinge zu UV-Gel, die man so wissen sollte. Das UV bedeutet einfach nur, dass dieses Gel nur im UV-Licht härtet. Das heißt, eine handelsübliche UV-Lampe oder im Sonnenlicht würde es auch härten, deshalb nie Gel in die Sonne stellen. Oder ihr könnt euch auch unter die Sonnenbank legen, da würde es auch hart. Es gibt zwei Gruppen von UV-Gelen, das ist einmal das Einphasen-Gel und einmal das Drei-Phasen-Gel. Das Einphasen-Gel ist ein All-in-One-Gel. Da sind jede Schichten drin enthalten, Haftgel, Aufbau-Gel, Versiegelung. Dann gibt es noch das Drei-Phasen-Gel. Das Haftgel, Aufbau-Gel und Versiegelung einzeln, also einzelne Gele. Ich bin ein Fan vom Drei-Phasen-System, weil ihr könnt das besser an den Kunden anpassen. Zumal das Einphasen-Gel meistens sehr dünnflüssig ist und man damit sehr schlecht den Aufbau modellieren kann. Die Aushärtungszeit von UV-Gelen schwankt zwischen zwei und vier Minuten. Es kommt immer darauf an, was es für ein Gel ist, was für eine Zusammensetzung darin ist und wie gut eure Lampen sind. Zum Beispiel, Farbgele mit einer hohen Deckkraft solltet ihr sehr dünn auftragen und wirklich ein bisschen länger an der Lampe drin lassen. Das kommt daher, weil UV-Gel von außen nach innen härtet. Das heißt, wenn der Härtungsprozess unterbrochen wird oder zu kurz ist, kann die UV-Strahlung nicht mehr an das Innere des Gels rankommen, was noch flüssig ist und das bleibt dann auch flüssig. Das heißt, ihr könnt das ganze Zeug abkratzen und nochmal neu machen. Bei transparenten Gelen wie Aufbaugelen ist es relativ egal, da halt keine Pigmente da sind und das Ganze durchsichtig ist. Das heißt, die UV-Strahlung kann auch durch das ganze Gel durchscheinen und daher ist es von der Härtung her nicht so kompliziert wie bei Farbgelen. Wenn wir schon mal beim Aufbaugel sind, dann kommen wir direkt darauf zu sprechen, dass das Zeug heiß wird, wenn ihr es dicker auftragt. Die meisten Kunden jammern dann immer, aua, aua, du tust mir weh. Nein, es liegt nicht an euch. Es liegt daran, dass beim Härtungsprozess im Gel die Moleküle aneinander reiben und dabei Hitze entsteht. Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Das Ganze kennt ihr vielleicht auch von zu Hause und nicht nur von zu Hause. Mal ein doofes Beispiel, Beton wird auch heiß, wenn es trocknet. Also es ist nicht nur bei UV-Gel so. Viele denken immer, ah, das UV-Gel brennt sich in den Nagel rein, das ist natürlich kompletter Bullshit. Es wird einfach nur ein wenig heiß. Es gibt natürlich auch Gele, die werden nicht heiß in der Lampe. Ich bin jetzt kein Chemiker, ich weiß nicht, wie die zusammengesetzt sind, aber meistens haben die einen anderen Nachteil. Entweder sind sie zu dünnflüssig oder sie werden schneller gelb im Sonnenlicht oder UV-Licht. Das heißt, da müsstet ihr dann zusätzlich noch einen Sunblocker draufschmieren. Wenn das UV-Gel mal nicht richtig trocknet, zum Beispiel Farbgel nicht richtig durchhärtet und ihr hattet es lange genug in der Lampe drin, würde ich euch mal empfehlen, die Röhren auszutauschen, eure UV-Lampe. Wenn die 500 Stunden Betriebsdauer hatten, dann sind die meistens durch und geben nicht mehr die volle Stärke ab. Deshalb tauscht einfach mal die Röhren aus. Es gibt dann noch kleine Unterschiede bei den Aufbau-Gelen in der Härte. Es gibt flexiblere Aufbau-Gele, die sind dann für flexiblere Nägel gedacht. Und es gibt härtere Aufbau-Gele, die sind dann für härtere Nägel gedacht. Also guckt einfach mal, was euer Kunde für einen Nagel hat und dann könnt ihr auch das richtige Aufbau-Gel für ihn raussuchen. Beim Aushärten von UV-Gelen entsteht eine Schwitzschicht auf dem harten Gel. Diese Schicht ist dazu da, nachfolgende Gele mit dem Gel zu verbinden. Wenn ihr diese Schwitzschicht entfernen wollt, um zum Beispiel den Nagel nachzufeilen, benutzt einfach Cleaner und eine Zellette. Seid ihr mit der Modellage fertig, kann es passieren, dass in den drei Wochen bis zum nächsten Auffülltermin das Gel gelblich wird. Das kommt jetzt natürlich darauf an, wie geht der Kunde damit um. Ist er viel in der Sonne, geht er unter einen Asi-Toaster, raucht er viel oder benutzt er irgendwelche schädlichen Reinigungsmittel. Müsst ihr einfach mal so ein bisschen an eure Kunden appellieren. Gegen UV-Strahlung könnt ihr natürlich einen Sunblocker benutzen, der fängt die UV-Strahlung so ein bisschen ab und damit seid ihr dann schon mal auf der sicheren Seite. Was der Kunde dann noch mit seinen Nägeln macht, ist dann sein Problem. Aber wie lagert ihr UV-Gel eigentlich am besten? Viele berichten mir, dass das UV-Gel aus dem Tiegel herausläuft, sobald die Versiegelung ab ist. Ja, das ist der Kampf eines jeden Nageldesigners mit dem UV-Gel. Dazu kann ich nur sagen, lagert das Zeug kühl, denn UV-Gel dehnt sich aus, wenn es warm wird. Zudem schraubt den Deckel nicht zu fest. Wischt ab und zu mal die klebrigen Ränder mit einer Zellette und ein bisschen Cleaner ab. Und lagert das Zeug gerade. Nicht kippen, auch nicht umfallen lassen, auch wenn es verschlossen ist. Das ist nicht gut, denn dann weiß das Gel, wo es heraus kann und bahnt sich immer den Weg nach draußen. Das war das heutige What-the-Fuck-Video. Ich hoffe, es war ein wenig informativ für euch und hat euch vielleicht auch weitergeholfen. Wenn ja, dann gerne sharen, teilen, liken, einen Daumen nach oben, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und natürlich könnt ihr auch mal auf Instagram und Facebook, seit neuestem auch Twitter vorbeischauen. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer hier oben könnt ihr es abonnieren. Hier unten geht es zu meinem letzten Video. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.